Heute geht es um das Thema Pensionsfonds. Wofür kannst du ihn brauchen, wo hilft er dir und wofür macht er überhaupt keinen Sinn? Am Ende kriegst du von mir noch den Master-Tipp, hey, was kann ich denn besonders machen, worauf soll ich besonders achten, wenn ich damit starten möchte? Fangen wir mal mit dem Einsatzgebiet des Pensionsfonds an. Der Pensionsfonds, theoretisch auch in der Entgeltumwandlung denkbar, spielt da eigentlich eine untergeordnete Rolle. Viel, viel interessanter wird er dann, wenn du in deinem Unternehmen Pensionsverpflichtungen hast, die auf deine Bilanz drücken und jetzt kommst du in eine der folgenden Situationen. Zum Beispiel, du brauchst Fremdmittel, du willst deine Firma verkaufen, du willst deine Firma sauber an einen Nachfolger übergeben. Bis zu dem Zeitpunkt wirst du selten Druck verspüren, dass du an deiner Pensionsfonds etwas machen musst und dann spielt der Pensionsfonds keine Rolle. Kommst du in die Situation, wirst du sehr, sehr schnell damit konfrontiert, dass dir die Bank vielleicht die Frage stellt, hey, du willst Fremdmittel haben, ich sehe hier drückt was auf deiner Passivseite, es gibt Pensionsverpflichtungen, dein Unternehmen ist dadurch weniger wert, weniger leistungsstark, also tu was dagegen. Viel, viel häufiger kommt das Thema bei der Nachfolge, du willst vielleicht innerfamilier oder extern übergeben und derjenige sagt, hey, ich habe hier gesehen, du hast eine große Bilanzposition, Pensionsrückstellung, das heißt, irgendwo hast du dir mal eine Rente als Unternehmen oder Unternehmer versprochen und die willst du haben, das drückt auf deine Bilanz, jetzt musst du tätig werden. Gleiches Szenario, du suchst einen externen Investor oder Käufer, der wirklich dein Unternehmen komplett übernimmt, wenn du da jemanden aus dem angloamerikanischen oder asiatischen Raum hast, der wird sofort sagen, Achtung, ich habe hier gesehen, hier gibt es eine große Schuld für Rente, was machen wir damit? Jetzt kannst du entweder sagen, lebe damit und der Kaufpreis wird gedrückt, das heißt, du hast weniger Performance oder du gehst da dran. So, springen wir in den Pensionsfonds rein, wie kann er dir helfen, was kann er tun? Der Pensionsfonds ist ein sogenannter externer Dritter in der Regel, das heißt, du gehst hin, suchst dir zum Beispiel einen Versicherer, es gibt auch Banken, die einen Pensionsfonds anbieten und sagst, hey, würdet ihr mir helfen, indem ihr meine Rentenverpflichtung übernehmt und dafür räumst du damit deine Bilanz auf. Was heißt das im Klartext? Machen wir es am Versicherer, da ist es ganz, ganz pragmatisch und ganz einfach. Der Versicherer wird dir eine Summe nennen, die er von dir haben will, um deine Rentenverpflichtung als primärer Schuldner zu übernehmen. Das heißt, hinzugehen und zu sagen, hey, gib mir, machen wir ein plattes Beispiel, 250.000 Euro und wenn du mir 250.000 Euro gibst, dann werde ich für dich die Rentenleistung übernehmen und du hast in der Bilanz die Situation geschaffen, dass du sagen kannst, um es jetzt ganz, ganz vereinfacht auszudrücken, naja, wenn es einen Dritten gibt, der deine Rentenleistung übernimmt, der deine Schuld übernimmt, dann musst du es in der Bilanz nicht mehr in der vollen Höhe oder gar nicht mehr zeigen, hast eine um die Rentenschulden bereinigte Bilanz und der Pensionsfonds nimmt das Geld und kümmert sich darum. So, das ist erstmal der charmante Weg. Was macht es noch charmanter? Die meisten guten Pensionsfonds, die heute am Markt sind, sind Kapitalmarkter. Das heißt, du bist nicht dazu verdonnert, mit Versicherungszinsen und Versicherungsgarantien zu kalkulieren, sondern du kannst hingehen und einen marktüblichen Verzinsung oder Rendite unterstellen. Das können 2%, 3%, 4% sein. Über den Zins kannst du ein Stück weit steuern. Wie teuer wird denn diese Übernahme der Verpflichtung durch einen Versicherer oder ein Bankhaus? Und wenn du das clever designst und clever machst, dann wirst du feststellen, dass du am Ende ein bezahlbares Rentenproblem hast und damit rausgehst. Manche Anbieter, manche Versicherer bieten dir sogar eine Finanzierung an. Das heißt, du kannst dieses Geld, was dem Versicherer für deine Rentenverpflichtung geben muss, kannst du sogar über eine gewisse Zeit stückeln. Wie es immer so ist, es gibt neben allem Licht auch Schatten. Das heißt, auch ein Pensionsfonds, vor allem ein Kapitalmarknachpensionsfonds, hat auch einen ganz zentralen Nachteil, eine sogenannte Nachschusspflicht. Das heißt, wenn vorne geschaut wird, wie viel Geld musst du dem Versicherer geben, mit der die Rentenverpflichtung übernimmt, dann wird unterstellt eine gewisse Verzinsung, ein gewisses Alter, was du erreichst. Und daraus ergibt sich diese Summe. Tun wir so, dass sich der Kapitalmarkt nicht optimal entwickelt, dann kann das natürlich dazu führen, dass irgendwann das Geld vereinfacht ausdrückt, schneller verbraucht ist, als deine Rente bezahlt. Du lebst noch, du willst weiter Rente haben. Dann kann sich für das Unternehmen eine sogenannte Nachschussverpflichtung ergeben. Auch das einfach abmoderiert. Naja, heute hast du im Zweifel wenig oder gar kein Geld für deine Rente liegen. Mit dem Pensionsfonds hast du plötzlich Geld da liegen. Auch da muss man wieder sagen, Nachschuss ist ein potenzielles Risiko, was aber bei der Problemlösung zwingend hilft. Und ich glaube, da bist du als Unternehmer schon höhere Risiken eingegangen. Ich gebe jetzt einmal an Sabrina, die für dich nochmal zusammenfasst, die drei wichtigsten Vorteile und Fakten rund um den Pensionsfonds. Kommen wir nun zu den Vorteilen. Diese sind ein flexibler Rechnungszins, kapitalmarktorientiert, sowie keine Versicherungsgarantie. Danke, Sabrina. Steigen wir zum Abschluss noch in den versprochenen Tipp ein. Was du dir klar machen musst, wenn du eine sichere Rente haben willst oder dein Unternehmen belastungsfrei übergeben oder verkaufen willst, ist der Pensionsfonds ein günstiges Vehikel. Und mit den Finanzierungsoptionen, die dir viele Anbieter anbieten, kannst du damit auf einem sehr, sehr schlanken Weg das größte Problem deines Unternehmens, nämlich die Pensionsrückstelle, die Bilanz, locker wegbekommen. Probier es aus und wenn du einen Experten brauchst, frag gerne nach. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Dann lass doch einfach einen Daumen nach oben für uns da. Wenn es dir richtig gut gefallen hat und du für dein Unternehmen generell Tipps haben willst rund um das Thema betriebliche Vorsorge und Benefits, abonniere einfach unseren Kanal und weitere spannende Videos zum Thema findest du hier neben mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns hier bald wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielen Dank.